Hallo Leute, da sind wir wieder zurück, bei Penumbra und wir haben einen sehr ekligen Tinnitus, wo es speichert sehr schön. Für einen Affe. Es ist Zeit für mich zu gehen, meine Ruhe sind zu einem Ende gekommen. Du wirst alles noch früh genug verstehen. Bis bald, Affe. Hä, wie ist es Zeit? Mein Kopf tötet mich, wo bin ich? Wie ist es Zeit für ihn zu gehen? Sind wir jetzt vom Virus befreit oder was? Ich denke, dass ich anfange mich zu erinnern. Clarence, er kann nicht einfach so verschwunden sein. Was hat er dieses Mal vor? Also hier ist eine Alpha Wand, ich komme auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ich komme hier nicht durch, durch das Ganze. Hier drüber springen wird auch nicht gehen. Ja, ist eine Wand. Okay Freunde, machen wir wieder rechts erst, oder wie machen wir es? Ich würde sagen, haben wir unseren Helm noch behalten. Das war ein ekliger Ton. Der Durchgang ist eingestürzt, ich kann dort nicht durchgehen. Ja. Knurrt hier was? Los. Kann ich den schieben? Naja, da würden wir ein bisschen sehr langsam vorankommen, deswegen machen wir es mal nicht. Schweigen. Es scheint, dass es darin für längere Zeit kein Wasser gegeben hat. Okay. Ich nehme an, das müssen wir jetzt abdrehen. Es scheint sehr heißer Dampf oder so zu sein. Sogar in einer relativ sicheren Entfernung berühren die Flammen meinen Körper. Das ist gar kein Dampf, das sind Flammen. Okay. Wir bleiben hier sehr oft hängen im Boden. Ungemütlich. Okay, hier sind... ...Düren. Wir gehen mal der Dingsbumschen nach. Achso, die muss ich. Ah, weiß ich nicht, ob ich da rein will. Ach, hier fährt das Dreh-Dingsbums. Okay. Ähm... Vielleicht finden wir irgendwas, was wir als Kiste darunter stellen können hier hinten. Sodass wir halt easy raus und rein können, wisst ihr? Das finde ich gerade so ein bisschen beunruhigend, dass man das... Aber finden wir nicht, ne? Den könnten wir mitnehmen. Wir haben ja keine andere Wahl, als hier durchzugehen. Oh. Rechts oder links, ha? Ein sehr, sehr langer Gang. Das ist einfach nur ein Rundgang. Da ist ein Typ. Muss ich den einfach umgehen? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Da hinten kam einer. Ich bin schon wieder am Anfang, oder? Okay. Okay, da kennen wir ja ungefähr seine Route. Ein Artefakt. Genau. Verschlossen. Sag hast du gön. Sag. 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 Wow! Wie ist das? Wie ist das? Okay. Okay, jetzt muss man an den anfangen, oder? Wow, hallo. Wir laufen, wir laufen einfach nur. Und hoffen, dass der nicht schneller ist als wir. Warte mal, wir können gar nicht an den anfangen, oder? Okay. Dankeschön. Weiter mit uns, wir gehen einfach. So, was ist hier los? Warum fizzelt das so? Ist das gefährlich, da runter zu gehen? Warte mal, sollten wir... ...das hier... ...da runterschieben? Wird das? Es hängt schon jetzt, die Logik. Okay. Gut, das können wir nicht mitnehmen, das auch nicht. Kann ich hier einfach in das Wasser? Warum knistert das so? Das wirkt, als würde ich... ...gerutzelt werden, wenn ich da reinfalle. War das jetzt die Tiefe des Pfalz? Oder ist das Wasser gefährlich? Das Wasser ist gefährlich. Okay. Hätte ich irgendwie balancieren können, oder so? Keine Ahnung. Uns geht's auf jeden Fall nicht so gut. Wir nehmen mal ein Tablettchen. Okay. Clarence verschwinden machte mir Sorgen. Dieses Gefühl, es war nicht er. Ich hab das Gefühl, dass er mich auf etwas vorbereiten möchte. Aber auf was? Ich bin total verwirrt. Okay. Warum sind wir so klein? Wir sind so knapp hier beim Erdboden. Ja, guckt mal. Im Vergleich zu diesem Schild... ...sind wir irgendwie noch im Boden? Irgendwas haut doch hier nicht hin. Einfach atemberaubend. Kann doch nicht springen. Oder? Kann man nichts von den Sachen hier anfassen, ne? Naja. Auch kein Knopf oder so, ne? Okay. Au, wow. Nein! Gott. Ups. Das war nicht absichtlich. Oh Gott, ey. Was ist hier hinten? Kann man sich hier irgendwas holen? Warten wir mal hier vorbei. Was denn hier? Alpha Wand. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Oder... Warte mal, wir können noch hier... Warte mal, wir können noch hier... Warte mal, wir können noch hier... ...die Riesen? Oder warum sind wir so groß wie ein Verkehrshütchen? Echt schräg. Kommen wir hier irgendwie leichter runter? Sieht nicht so aus, ne? Wir nehmen lieber die andere Stelle. Wir sind jetzt nicht so schlimm angeschlagen. Es geht noch. Endlich bist du hier. Nach so langer Zeit... ...wirst du schon bald alles verstehen. Mhm. Ob es sich lohnen, eine Runde rumzugehen? Und wir probieren es mal. Vielleicht finden wir hier hinten irgendwelche krassen Sachen. Das können wir nicht nehmen. Nur einen Helm oder so. Falls ihr das Geräusch gerade gehört habt. Das war mein Magen. Sind wir klein genug? Nicht ganz. Okay. Dann gab es hier erstmal nichts zu gucken. Ich würde gerne die andere Seite noch. Hier kommen wir nicht rum, ne? Um hinter die Baustellen links vorm Snay. Wir gehen gleich rein. Oh, ich dachte, da kräucht was. Ne, das ist ein Mischer. Das sah immer noch aus wie eine Spinne gerade. Und das hier ist der Spinnenkopf. Ekelhaft. Okay. Aber auch hier. Keine zusätzlichen Items. Nix zu holen. Gut. Dann war das umsonst. Das tut mir leid. Ich hab gedacht, es gibt was Schönes. Dann rein mit uns. Alles fiel in seinen Platz. Alle meine Fragen verschwanden, als ob sie niemals existiert hätten. Ich sollte diesen Ort schon vor langer Zeit betreten. Es ist Zeit, die Schulden zu bezahlen. Ich hab keine Schulden. Sieht so das Finanzamt aus? Ah ja. Das ist das, wie ich... Wie ich meinte, zu einem bestimmten Ereignis geht dann die Lampe auf unserem Kopf einfach aus. Sein Alter überwindet es. Okay. Dann leuchtet auf jeden Fall ein Speicher-Ding. Das zieht mich ein bisschen an. Wir kriegen zweimal Gesundheit. Zweimal Batterien und eine Taschenlampe. Halleluja. Ein gutes Zeichen. Endlose Ruinen. Es gibt eine Antwort auf alle meine Fragen. Dort irgendwo. Aber sie muss verdient werden. Okay. Howards Buch. Das ist das Buch von meinem Vater. Es sind halt viele von diesen mysteriösen Symbolen. Kann ich es angucken? Nee. Kann ich es hier irgendwie angucken? Nee. Nee. Auch nicht. Okay. Gut. Es ist nichts dahinter, ne? Nee. Gut. Fremde Symbole. Fohre öffnen sich nur am Tag, wenn sich drei Sonnen sofort erheben. Drei Sonnen. Ach, hier steht auch noch. Zeugs. Alle rebellischen Seelen gehen zu einem Platz, wo das Licht ist. Hier hört die Dunkelheit ebenso und wo die Dunkelheit ist, gibt es das Licht. Wo der einzige Weg die innerliche Bewegung ist. Ach, das Gleiche. Okay. Haben wir dort vorne schon Symbole übersehen? Nee. Okay. Bei Sonnen sich treffen. Okay. Hmm. Ist da so ein Spinnen dahinter? Was ist hier? Eindrücken. Und da reindrücken. Muss das Spinnending zuerst sein? Okay. Ah, da ist eine Sphäre. Das ist aber wie so ein Britzelwasser. Hier können wir bestimmt eine... Ganz toll, ein ganzer Fleck von Etz-Säure. Äh, muss bestimmt abgelassen werden oder so. Oder... Nee, das schaffen wir nicht. Das floated, wollte ich sagen. Okay, das steht hier drauf. Spinnen daher. Kann ich nicht aufmachen oder so? Ich denke, da kommt dann was rausgelaufen. Vielleicht die Säure dann... Machen wir erst mal diesen hier. Zwei Teilen des Ganzen werden wieder vereinigt. Nicht alles fällt in seinen Platz. Okay. Okay. Leute, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Und in der nächsten Folge erkunden wir mal das Spinnenzimmer. Ich denke, wir müssen die Sphären finden und das werden die Sonnen sein, die wir dann irgendwo einsetzen müssen. Und dann öffnet sich das finale große Tor. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier irgendwie verfolgt werden von irgendwelchen Monstern oder so, sondern dass es vielleicht nur ein cooler Rätsel-Part irgendwie ist. Aber gucken wir mal, was jetzt passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Tschüss. Tschüss.